Hallo zusammen, ich bin Marina von ITN Germany und wir sind dieses Jahr auf der Gamescom 2013. Neben mir sitzt die berühmte Cosplayerin Jessica Nigri und wir haben ein paar Fragen an sie. So Jessica, ist es hier auf Fest Gamescom? Es ist meine erste Gamescom und es ist eigentlich ziemlich unglaublich. Gibt es dir? Ja, es ist total verrückt. Es gibt so viele Leute, es gibt so viel Energie, es gibt so viele die Fans und den generellen Publikum. Also es ist echt großartig. Cool. Was denkst du über die deutsche Cosplay-Szene? Oh mein Gott, es gibt so viele gute deutsche Cosplayer-Szene. Es gibt eine in particular, die ich großartig fange. Ihr Name ist Svetlana, aber es ist eine Kamui Cosplay. Sie macht wirklich, wirklich großartige Sachen aus Blizzard. Sie macht viel Armour mit Wobler. Sie ist großartig. Sie ist großartig. Ich liebe dich Kamui. Cool. Und was war dein Ambitious-Costume und wie viel Zeit und Geld hast du auf dem Spendern? Ich denke, vielleicht war es mein Gears-of-War-Costume. Das war sehr viel Zeit. Ich denke, es war drei Wochen, jeden Tag. Und dann kostet es ungefähr 500 Dollar. Aber ich mache mehr, die ich noch nicht verlässt habe, die über 2,000 Dollar kostet. Wir werden sehen für meine nächsten. Und du machst alles auf deinem eigenen? Ja. Ich mache alle meine Kostüme auf mein eigenes. Aber manchmal werde ich ein paar Props machen. Also, sagen wir, es gibt einen sehr guten Props-Maker. Sein Name ist Vulpen Props. Und dann Punish Props. Ich werde diese Leute fragen, dass ich mir eine Sorte und eine Shield oder eine Mace machen. Und dann werde ich sie für meine Kostüme benutzen. Hast du ein paar Weapons auf deinem eigenen? Ich habe ein paar Weapons gemacht. Sie sehen ein bisschen schützlos. Aber sie sind alles gut. Es ist wirklich toll, dass andere Kostüme auf die Kostüme auf die Kostüme zu organisieren. Weil dann ist es quasi eine Zusammenarbeit. Und es gibt ihnen auch die Exposure. Okay, cool. Du hast oft die Kostüme in den Kostümen ausgesucht. Ja, absolut. Wir wissen es. So, hast du es, die Kostüme zu transformieren in den Kostümen in den Kostümen? Ich liebe die Kostümen in den Kostümen. Ich denke, sie sind wahrscheinlich meine Favoriten. Weil du ein bisschen mehr kreativität hast. Und du hast die coolen... Ich fühle mich, die Leute haben viel cooler Outfits als Mädels. Aber wenn wir sie in die Kostümen in die Kostümen in die Kostümen machen, dann kannst du, was du willst. Und dann kannst du es wirklich cool aussehen. Also, ja, ich bin obsessed mit Genderbend-Kostümen jetzt. Super cool. Okay, Jessica, ich habe eine letzte Frage. Ja. Wir alle wissen, wie du sagst, dass du die größte Gears of Warframe in der Welt bist. Und wie verabschiedet bist du, dass Microsoft nicht ein neues Gears of War title für den Xbox One eröffnet? Ich denke, dass da vielleicht eine in der Zukunft sein wird. Ja. Hoffentlich Microsoft. Epic Games. Ich bin ziemlich glücklich mit dem 1, 2 und 3. Ich habe nicht gespielt Gears of War Judgment. Ich habe gehört ein paar schlechte Dinge. Aber ich muss es noch mal schauen. Aber ja, nein. Ich denke, dass immer noch viel Platz für die Kostümen in den Kostümen. Und du kannst immer eine Sequel machen. Aber es ist wichtig für Epic, dass es eine gute Idee ist. Ich denke, das ist warum sie noch nicht eine Kostümen haben. Ich habe es noch nicht gewonnen, weil ich liebe, wenn Videogame-Kompanien viele Gäste auspumpen, die keine Qualität haben. Denn dann bist du einfach zu spielen. Also, gut an dir, Epic, für dich zu clean halten. Vielen Dank, Jessica. Das war unser Interview mit Jessica. Schön, dass ihr dabei wart. See you. So, um, do you want to say something to our users in the camera? Yeah? Um, what do you have to say to... What do you have to say to our German fans? To your German fans? Ich liebe dich. That's very cute. Is that I love you? Is that it right? Yeah? I love you is okay. Okay, and uh, what do you think about IGN Germany? It's cool. I didn't realize there was IGN Germany. The more you know. Cool. Cool, thank you very much. Thank you.